Wenn es wäre, verzuckt, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show und zum, ja, Wimmelbildspaß. So, kann ich hier noch irgendwas machen? Okay, wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Sachen. Wir haben einen Schlüssel, wofür? Ich frage mich, wofür der Schlüssel ist. Wir können noch weiter zurückgehen, ne? Hier waren wir schon gewesen. Da machen wir noch Untersilien. Was haben wir denn alles im Inventar? Wir brauchen noch einen dritten Patrick. Den haben wir noch. Oh, ein bronzener Schlüssel. Wo kommen wir denn hier hin? Bronzener Schlüssel. Warte mal, was kommen wir denn hier hin? Achso, hier brauchen wir die drei Sterne. Genau. Da brauchen wir auf jeden Fall einen Schlüssel. Warte mal, kann ich hier den... Ah ja, okay. Der Schlüssel wird für die Tür vorne sein. Ja, genau, für die Oktopustür. So. Oh, was ist das Ende da? Hat er irgendwas in der Hand? Du wieder? Warum lasst du nicht den alten Smithy allein? Oh, dein fancy ist schweiziger Fluid. Well, ich akzeptiere Begriffe. Ich bin ziemlich faszinierend. Guck mir ein bisschen Grog und ich gebe dir diese rarere Bottle von Chemikalien. Du hast einen nützlichen Gegenstand gefunden. Leere Flasche. Ja, sieht schon aus wie so eine leere Flasche. Okay. So. Hab, äh, Motorführerscheinprüfung. Oh, ich drück ganz, ganz fest die Daumen. Ganz, ganz fest drück ich die Däumchen. Ähm, Führerscheinprüfung. Okay, ich glaube mit dem, mit dem Dings können wir es, glaube ich. Ich brauche hier etwas anderes. Okay. Was können wir denn mit dem... Können wir hier die Flasche... Das funktioniert nicht. Warum nicht? Ich brauche etwas anderes. Was können wir denn mit der Flasche machen? Außer die oben rechts im Bild sitzt. Hab ich nicht gesehen. Entschuldigung. Was für ein Geruch. Uraltes Fleisch und Gemüse. Hm, lecker. Ich frage mich, warum ich das hier mal anklicken kann. Ist das so... Ich weiß nicht. Tralala. Die Tür wird durch verstreute Gegenstände versperrt. Aber ich kann sie in den Kisten sortieren. Ich muss nur die Gegenstände in die richtige Vertiefung legen. Danach sollte der Weg in den nächsten Raum frei sein. Hui. Das klingt ja spannend. Ich glaube, das kommt hier hin. Ja. Ähm. Das kommt hier. Das ist jetzt nicht so schwer. Der Grund, musst du... Da einfüllen. Ja, ich denke aber, wir müssen erst mal das Fass aufkriegen. Ich frage mich, was das soll. Weißt du, wir sollen die ganze Zeit irgendwie Sachen reinlegen. Und dann, ja, weißt du, ein Schatzer einfach die Sachen wegräumt, beiseite packt. Nein, dann musst du sie extra hier reinpacken. Natürlich. Warum denn nicht? So, wo kommt der Seel hin? Hier? Nein. Äh. Hier? Ja. Bist du auf der Gamescom, diesjährige des... Was? Was? Bist du auf der Gamescom? Bin diesjährige das erste Mal da? Nee, dies... Dies Jahr bin ich nicht da. Dies Jahr bin ich erst mal nisch da. Ich war ja letztes Jahr erst mal. Nee, dies Jahr auf der Gamescom bin ich definitiv nicht dort. Na, bist du wohl? Äh. Das kommt hier hin. Ähm. Das... Nein. Das kommt hier hin. Der stinkende Socken kommt hier hin, denke ich mal. Ich, äh... Täsche... Hier? Ja. Pistole kommt... Da hin. Das kommt da hin. Das... Der Schuh kommt hier hin. Hier hin. Das kommt dann, denke ich mal, hier hin. Die Pfeife kommt hier oben hin. So wie die rechts im Bild ist auch eine Pfeife. Und die Axt kommt hier hin. Und das kommt da hin. Und hier war fertig. So. Hä? Irgendwas vergessen? Was? Die Tür wird von... Was? Von ein paar verschreunden Gegenständen? Was? Was fehlt? Hä? Ich hab doch alles. Ich hab doch alle Gegenstände oder... Oder irre ich mich da? Irgendwie finde ich was, dass... Frauenfeindlich... Sie muss kochen, aufräumen. Ja, entschuldige bitte. Es ist, äh... Ich... Ach, warte mal. Ich glaube... Das ist falsch gewesen. Ja. Wir müssen uns nach den Symbolen richten. So. Dann gehen wir mal gucken. Können mit ihm reden. Mal gucken, ob der auch so eine lustige Animation hat. So, ja haven't been captured yet. Schrei nicht so, ich bin sensibel. So. Das Holzbein ist hohl. Ich muss herausfinden, was darin steckt. Mhm. Kann ich da vielleicht... Warte. Hier, mit dem Hammer. Mit der Flasche. Mit dem Stern. Mit der Dolun. Nein, geht nicht. Okay. Ähm. His mouth is funny. Yes. Das ist so funny. Oh mein Gott. Interagieren. Der Piraten... Kanonier muss... ...einen Unfall mit dem Schießpulver gehabt haben. Daher... ...die Holzprothese. Hey, ein neues Wimmelbild. Ich freu mich sehr. So. Ähm. Was brauchen wir denn? Geladene Armbrust. Hier. Leuchtet doch. Nein, ist es nicht. Bombe, Schwert, Laterne, Meißel. Oh Gott. Laterne. Da ist die Laterne. Ähm. Nehmen wir den Stein, nehmen die Konone und mal sehen, was passiert mit dem Piraten. Ja, müssen wir... Probieren wir gleich mal aus. Ähm. Meißel. Helm. Helm. Da ist der Helm. Drei, zack, ist hier hinten. Ja, hab ich gesehen. Danke. Danke dir. Ähm. Schwert. Hier ist das Schwert. Der Anker ist hier. Offenes Schloss. Hier. Verschlossen. Ah, okay. Brauchen wir wahrscheinlich einen Schlüssel oder so. Handschelm. 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 Hier ist ein Schlüssel. Warte mal. Ah. Yeah. Interagieren. Eine... Was? Eine ungeladene Armbrust ist nutzlos. Armbrust. Was? Anker, der... Ja, den Anker haben wir schon. Den haben wir schon. Aber danke. Ähm. Armbrust links neben dem Schwert. Hier, eine ungeladene Armbrust ist nutzlos. Keine Ahnung. Ich muss irgendwas machen. Bombe brauchen wir noch? Bombe. Wo ist eine Bombe? Wie sieht denn eine Bombe aus? Also zur Zeit der Schiffsfahrt. Holzschild. Da ist das Holzschild. Ein Pfeil ist rechts vorne. Meißel, Mitte des Bildes. Meißel ist Mitte des Bildes. Meißel, Mitte. Das hier? Das ist doch kein Meißel. Ach doch, da. Dankeschön. Ähm. Ein Pfeil ist rechts vorne. Da ist ein Pfeil. Ja. Sehr schön. Wunderbar. Ähm. Warum steht da null Zuschauer? Weil, äh, der... Bei dem Spiel, äh, zählt der die Zuschauer nicht mit. Das ist irgendwie defekt. Aber es sind neun Stück da. Ähm. Tö, 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 tö. Kriegssichel ist doch hier, oder? Nein, ist es nicht. Da ist ne Sichel, aber das ist nicht die. Bombe, Handschellen und Kriegssichel. Ist das ne Kriegssichel? Tatsache. Bombe, 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 Bombe. Wo ist die Bombe? Ich brauche eine Bombe. Das ist keine Bombe. Hallo, FIFA. Ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Und den Spaß mit. Mann, alter. Neue Zuschauer. Ihr seid wahnsinnig. Äh, Thaler gibt's nicht mehr. Äh, die Dings ist abgelaufen. Wie gesagt, ähm... Die Top Ten stehen auf Facebook. Und wenn das Thaler-System wieder aktiv ist, äh... Dann sag ich euch Bescheid. Du hast eine nützliche Gegenstadt gefunden. Meißel, ich werd bekloppt. Äh, kannst du was mit dem Haken machen? Ehe, hat sie schon erledigt. Aber danke. Ähm... Wie gesagt, ist bis August jetzt ausgelaufen. Ne, war jetzt weit zu Ende. Bis Anfang August. Und... So. Was? Ich soll die Bombe nehmen? Aufnehmen. Und dann ins Rohr packen. Okay, warte mal. Ich probier's mal. Geht das? Interagieren? Ne, geht nicht. Okay. Was steht da? Die ist röstig und mit U. Unrat gefüllt. Mhm. Kann ich irgendwas benutzen jetzt hier? Meißel geht nicht. Bombe geht auch nicht. Okay. Ähm... Ich bin's, Consumer. Achso, hi! Grüß dich, Consumer. Hi, Marcel. Ähm... Wie... Ich hab... Okay. Gehen wir mal zurück. Wir haben ja noch ein paar Aufgaben. Ähm... Warte mal, da war noch was. Hier kann ich nur reinzoomen. Eine dicke und robuste Kette schließt die... Sachen ein. Ja, ist... Ähm... Nimm den Hammer. Nein. Nimm den Meißel. Nein. Nimm die Bombe. Nein. Nimm den Patrick. Nein. Nimm den... Dublone. Flasche. Nein. Smiley, du dreckiger Softballt. Hör auf, mein Zeug zu klauen. Ich habe meinen Schrank mit einer Kette verschlossen. Du müsstest schon ein Alchemist sein, um meine Eisenkette zu schmelzen. Was lachst jetzt? Wer lacht jetzt? So, danke für den Follower. Du, Assembler ist in dem Store. Ja, habe ich schon gesehen, aber werde ich mir später erst holen. Aber danke, voll lieb von dir. Werde ich mir aber später erst holen. Weil, ähm... Ja, ich habe mir ein paar Infos zugelesen und tralala und so. Und dann werde ich warten, bis es ein bisschen günstiger ist. Auch. Weil da ist es mir nicht wert. So, kann ich hier irgendwas reinspeisen? Hier eine Bombe. Nein, das muss nicht. Ich sollte doch diesen Piraten irgendwas bringen, ne? Was war denn das nochmal? Kann ich irgendwie eine Bombe geben? Meißel. Flasche. Achso, ich sollte die Flasche füllen, ne? Warte mal. Kann ich jetzt am Fass hier irgendwie mit dem Meißel was machen? Hammer. Mit der Bombe. Mit der Flasche. Hm. Was haben wir denn sonst? Ja, ist nichts nützliches, ne? Ja, 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 ja. So, hier haben wir nichts mehr. Hier haben wir die Tür nur für den Stern. Da ist die andere Tür. Ich bin durstig. Ja, ich bin durstig. Er ist durstig. Was haben wir denn? Was haben wir denn alles im Inventar? Bombe. Hm. Meißel. Patrick, Star, Duwohne. Okay, hier können wir... An dem Fass können wir nichts machen, ne? Jawohl. Dieses Fass ist noch voll mit Wasser. Ich muss es nur anzapfen. Und das geht mit dem Meißel nicht immer nach. Was können wir denn mit dem Meißel machen? Und so, und... Gehen wir nochmal in die Kombüse. So, hier müssen wir irgendwas kochen. So, die Vorräte sind noch 100 Jahre alt. Ja, verrottet. Ja, das hatten wir schon. Kann ich denn... Warte mal. Kann ich hier mit dem Meißel die Kette... mit dem Meißel... Nein. Verdammt. Mit dem Hammer. Hammer und Meißel sollte eigentlich gehen. Ja, ich glaube auch. Aber irgendwie funktioniert das nicht. Hm. Okay, sonst kann ich hier eigentlich nichts machen. Ich kann hier oben nur die Lampe zum Wackeln bringen. Ich kann ihn anklicken. Aber dann kommt nur... Der hat mir ran können. Der muss ein Unfall passiert sein. Wie süß er. Ja, ja, ja. Okay. Dann gehen wir mal zurück. Und suchen mal systematisch. Ja, kann man hier. Kann man nochmal wackeln. Was für ein Geruch. Uraltes Fleisch und Gemüse. Mein Gemüse in der Hose ist auch alt. Wenn es so weiter geht. Wenn ich die Spiel spiele. So. Probieren wir mal den Meißel bei der Kanone. Ja, ich versuch's mal. Warte. Ah, kann ich nicht auswählen. Nein, geht nicht. Kann ich leider nicht auswählen. Ich kann auch nicht interagieren. Weil wenn ich interagieren kann, steht dann hier benutzen. Okay, verdammt. Boah, bitte mehr von solchen Spielen. Bitte. So. Kann ich hier irgendwas machen? Hier vielleicht. Was vom Kanonier unterm Bein ist? Eine Flasche. Ich schau nochmal. Warte. Ja, da kann ich aber nichts machen. Die ist nicht, äh, da kann ich nichts anklicken. Das geht nicht. Leider. Ich kann nur das Holzbein anklicken. Ich kann das Holzbein nicht holen. Ich muss herausfinden, was da drin steckt. Wann sollst du das tun? So. Ähm, wir haben ja keine, haben wir nicht, ne? Bombe geht an den Glosser, Limit und Gewürz. Natürlich kann man theoretischerweise einfach, weißt du, so den Korken so rausziehen. Aber nein, nein. Dafür sind wir zu schwach. Wir sind zu schwach dafür. Wir haben nur so, weißt du, so Flatterhände. So. Weißt du, da geht das nicht. Da sind wir viel zu schwach für. Da funktioniert das nicht. Deswegen. Aber nein. Mein Gott. So, ähm. Hier kann ich bestimmt irgendwas machen. Ich muss doch gehen mit dem Hammer draufhauen. Mit der Flasche. Kann ich die Flasche hier draufstellen? Du spielst eine Frau. Ja, genau. Hey. Nichts frauenfeindliches hier, ja. Hier kann ich auch sonst nichts machen. Interagieren. Ja, ja. Die Fässer sind stark bestätigt. Und der Großteil ist ausgelaufen. Hier sagt sie, die Gegenstände. Ja, vielleicht finde ich später etwas nützliches. Passiert da was, wenn du öfter an dem Eimer rüttelst? Also hier kann ich nur, wie gesagt, wenn ich hier rüttel, passiert nicht, dass, äh, die sind glaube ich nur zu Demonstrationszwecken. Kann ich hier irgendwas machen? Das wird ja auch noch lustig. Kann ich ihm irgendwas geben? Nein, geht nicht, okay. Hier ist noch eine Schnecke dran, die, ja. Ja, ja, eine Alga und ein Pilz, der leuchtet, habe ich noch nie gesehen. Was ist denn hier oben? Oh! Oh mein Gott. Oh mein Gott, nein. Mom, du musst mir helfen. Der Pirate geht auf eine verletzte Karibäne-Island. Bewege! Oh mein Gott, nein. Er hat es einfach zugemacht. Ja, ich kann sie nicht bewegen, da ist irgendwas Schweres, ist da drauf. Ah, die leere Flasche an dem Alchi, was? Alchi müssen da, ja, hier ist zum Beispiel ein Korkenzieher, guck mal an. Ne? Da haben wir schon mal den Korkenzieher, da wissen wir schon mal, was war hier? Der Seestern hängt fest. Ich brauche etwas, um die Algen, um die, äh. Wow, diese Animation, das ist ja, boah, unglaublich. Wir haben drei Sterne, ich werde bekloppt. Alter Schwede. Da gehen wir direkt zur Tür. Das ist ja unfassbar. Nein, nicht die Flasche. Was? Das ist eine Art Schloss. Anscheinend stimmt die Farben der Edelsteine mit der Spitzen des Benachbarten Patricks da überein. Was passiert wohl, wenn der Edelstein jeweils eine Farbe besitzen? Ich weiß es nicht. Lass es uns herausfinden. Jawohl! Korkenzieher am Bein. Jo, probieren wir mal gleich aus. Machen wir jetzt erstmal hier, äh. Okay, unten ist richtig. Hier auch. Hier auch. Oder wie? Hä? Ist doch alles richtig? Häh? Ach, alles eine Farbe, oder? Was passiert, wenn wohl die Edelsteine jeweils ein... Ach so. Ach herrje. Boah, ist das spannend. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die Steine müssen eine Farbe haben. Ja. Ist wahrscheinlich ein Drei-Sterne-Spiel. Ich weiß es doch auch nicht. So, warte mal. Wenn ich da Rot habe, ne? Habe ich da Blau. Dann habe ich Blau da. Ist Grün. Was denn mit Grün? Dann brauche ich da Rot. Dann habe ich aber da... Ja. Okay, bevor wir jetzt da lang gehen, ähm, möchte ich doch gerne erstmal runter und den Korkenzieher ausprobieren. Korkenzieher ist, denke ich mal, fürs Bein, ne? Fürs Holzbein. Schönen guten Abend. Tag, Blanton, ich grüße dich willkommen zur Let's-Play-Live-Show und zum, ja, ja, Live-Let's-Play kann man ja nicht sagen. Ich nehme auf, nebenbei so ein bisschen. Alter, das Spiel, das ist... Das ist der Hammer. Oh, scheiße. So, Zoom. Nein, oh mein Gott. Ich brauche etwas Kleines und Präzises, um es zu entfernen. Alter, das Loch ist ungefähr so groß. Was für Finger hat die? Hat die so... Es ist egal. Es ist... Ich habe... Habe ich was Kleines, Präzises? Natürlich habe ich was Kleines, Präzises. Aber das willst du gar nicht wissen. So. Ähm. Es kommt nicht auf die Größe an. Ich würde das nur mal erwähnen. Ähm... Patrick ist auch da. Und jetzt noch Blanton. Hallo Patrick. Willkommen zu der Let's-Play-Live-Show. Ich grüße euch herzlich. So. Und ihr fragt euch sicherlich, mein Gott, was bietet er da für einen Scheiß? Und warum sind null Zuschauer? Und dann, wir haben neun Zuschauer. Und, ähm... Es ist... Oh mein Gott. Ein Wimmelbild. So. Hornentinte. Sechs. Was ist denn sechs? Sechs, sechs, sechs. Okay. Ähm. Pass auf. Machen wir hier an der Stelle mal eine kurze Pause. Ja. Ähm. Würde ich sagen, machen wir mal eine klitzekleine Pause. Und, äh... Ja. Dann geht's gleich spannend weiter. Und, äh... Ja.